Ich bin der Scheiße. Ha Gott, ich bin mir da schon gerissen. Sapralot. Was mache ich jetzt rein? Ich rufe jetzt jetzt schnell einen Sportbauer aus Schlechinger. Der kann mir da bestimmt helfen. Dann gehst du jetzt auf. Der Christoph. Christoph, habe ich Deri? Ja Deri, ich mag sehr was du. Mir ist jetzt gerade etwas sauber. Mir ist jetzt hier der Schuh aufgerissen beim Training. Und jetzt habe ich überhaupt keinen richtigen Halt mehr. Kannst du mir helfen? Was? Einen Schuh hast du jetzt gerissen? Ja, freilich. Nein, ich habe schon was da. Ja. Nein, die liefert nicht. Wir haben Lieferservice. Freilich. Ja. Deine Größe war ich auswendig. Kein Problem. Und ich weiß noch, vielleicht hast du noch ein T-Shirt auch für mich übrig. Ich brauche dann mal wieder ein Eisgleich. Ja, ein T-Shirt. Ja, was du nicht so strengst, bringe ich dir noch zwei, drei Eisbreakershirts mit. Ich sehe, dass es Kreuz Platz hat. Ja, das ist auch gut. Das sind wir uns gleich beim Training, oder? Beim Live-Online-Training. Super. Bis gleich. Ciao. Servus. Wunderbar. Na passt. Ich rufe dich noch an, wenn ich komme. Bis gleich. Hau mit Deri. Jawohl. Servus Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Super. Gut. Wir starten mit unserem Warm-Up. Wir machen als erstes 20 Jumping Jacks. Auf geht's. 20 Jumping Jacks. Jawohl. Hinter und zusammen. Und hinterm Rücken zusammen. Jawohl. Super. Und 10 Burpees. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Jawohl. Hopp, 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 hopp. Sehr gut. Jawohl. Sauerbar. Super. Genau. Lass das grauen. Wie geht's dir? Ich bin völlig fertig. Ich brauche jetzt was zu essen. Ich brauche jetzt ein bisschen rum vom Arko, wo der es wieder gezahlt wird. Sau gut. Da bestell ich mir vielleicht auch was. Liefert der bis auf Bergen. Selbstverständlich. Und pro popo. Und pro popo. Und pro popo. Du, dein Bruder. Der hat ja die Anschuhe, oder? Der hat die Anschuhe, ja. Jawohl. Sau gut. Weil Mädel braucht man wieder welche. Tut dir auch was liefern, oder? Wir liefern auch was. Sau gut. Super. Kann ich mir rufen an? Jawohl. Super. 081 699 888. Hey, du kannst das ja sogar auswendig. Sauber. Ich fang auf. Dann, wir nehmen alle Bestellungen aus. Lieferservice. Alle Gärten, Christoph. Achtung. Und. Einmal. Und. Super. Drei Mal. Und. Schuhe. Und. Schuhe. Und. Schuhe. Und. Schuhe. Und. Schuhe. Ja, Jau. Sauber. Und. Ich hab' dich nicht drückt. Komm schon. Probier' gleich oder. Komm schon. Komm schon. Komm ich euch an die Pizza. Ich war ja vordruckend. Nein, 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 nein. Vielen Dank.